Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 8613 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wird bei euch auch der rote Stiefel zu Weihnachten mit Geschenken gefüllt? Wird bei euch auch der rote Stiefel zu Weihnachten mit Geschenken gefüllt? In der Altenpflege ist es wichtig, den Bewohnern Zuneigung und Fürsorge entgegenzubringen. In der Altenpflege ist es wichtig, den Bewohnern Zuneigung und Fürsorge entgegenzubringen. Wir planen die Aktionen für die nächste Woche. Was muss dringend getan werden? Wir planen die Aktionen für die nächste Woche. Was muss dringend getan werden? Ein altes Geheimnis verbirgt sich in der verschlossenen Truhe. Eine starke Persönlichkeit ist in der Lage, sich selbst und andere zu führen und Verantwortung zu übernehmen. Warum liegen die Tulpen draußen auf dem Rasen? Warum liegen die Tulpen draußen auf dem Rasen? Warum liegen die Tulpen draußen auf dem Rasen? Hast du sie dort hingelegt? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.